Der Kopf ist mobil gelagert, das heißt er kann nach oben und unten gucken und er kann halt nach links und rechts fahren, so dass ich am Ende in der Mitte des Bildes landen soll, zumindest. Mal gucken. Na komm, nichts anderes angucken. Kannst du den Priegel mal zu machen? Wenn du den Priegel zumachst, dann sehen wir auch, was der Robert da sieht. Achso, ja. Nicht? Also roll auf, minimieren bitte. Ja. Mal gucken, ob ich noch eine zweite Runde mache. Also da sieht man zumindest die Lichtverhältnisse. Da sieht man ein Schattenbild von dem, was meine Roboter gerade sieht. Nein, nein, komm. Wir haben auch eine Programmierung, was er macht, wenn er sein Ziel verliert. Das heißt, er wird wahrscheinlich vollständig. Ja, nein, er sieht rote T-Shirts und guckt nach oben, das ist schlecht.